In Deutschland gibt es etwa 17 Millionen Gärten. Diese Gärten können dabei helfen, die Artenvielfalt zu erhalten. Leider ist aber in vielen Gärten kaum nutzbarer Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu finden. Allein hier in Deutschland sind ungefähr ein Drittel der Tier-, Pflanzen- und Pilzarten bestandsgefährdet. Von den etwa 560 heimischen Wildbienenarten gehört mehr als die Hälfte zu den gefährdeten Arten. Über 60 von ihnen sind akut vom Aussterben bedroht. Das Verschwinden der Arten gefährdet auch uns Menschen, denn auch wir sind von funktionierenden Ökosystemen abhängig. Naturnah vielfältige Gärten können für Pflanzen und Tiere wertvolle kleine Biotope sein. Dabei muss es nicht gleich der perfekte Naturgarten sein. Schon kleine Veränderungen führen dazu, dass Vögel, Insekten und andere Tiere Schutz und Nahrung finden. Je mehr Lebensräume es in umso mehr Gärten gibt, desto größer ist der Effekt. Jeder Garten zählt. Veränderungen als Nahrung finden. Untertitelung des ZDF, 2020